Hallo und schön, dass du hier mit dabei bist bei deinem Podcast Selbstbewusstsein, Sexappeal und Charisma to go. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich freue mich riesig, mit dir hier jetzt Zeit zu verbringen. Mein Name ist Nicole Davido. Ich bin Live- und Beziehungscoach, Expertin im Thema Manifestation. Und heute habe ich ja die erste Folge von einem neuen Projekt. Und zwar habe ich auf Instagram geteilt, dass ich ganz gerne euch hier in den Podcast einladen möchte. Und zwar mit euren Fragen. Habe meine Telefonnummer oder besser gesagt die Telefonnummer vom Podcast geteilt. Habe gesagt, schick mir deine Sprachnachricht mit deiner Frage und dann werde ich die Frage hier im Podcast beantworten. Und heute habe ich eine Frage ausgewählt von diesen wundervollen Sprachnachrichten, die da reinkamen. Das ist von Karolin. Und Karolin hatte eine Frage über die Anfangszeit, die Kennenlernphase in der Beziehung. Und den Quatschi, der dann ganz laut wird. Und geht das zu schnell? Und ist das zu viel? Und wow, ist das mein Seelenverwandter? Und wie war das mit dir und Max, Nicole? Also es kamen Fragen von Karolin über ihre Sprachnachricht. Die werde ich gleich abspielen, dass du auch Karolin ein bisschen kennenlernst. Und dann steige ich da tief in dieses Thema ein. Und ich freue mich schon riesig drauf. Und wenn du mir noch nicht bei Instagram folgst, dann tu das gerne, weil da werde ich bestimmt die Aktion auch bald nochmal posten. Dann wirst du es dann mitbekommen und kannst dann auch deine Frage stellen. So, ich würde sagen, wir starten aber direkt los. Kleine Reminder, bitte, wenn du den Podcast hörst bei YouTube, dann lass mir mal einen Kommentar da bei YouTube, weil ich das Ganze ja hier mit Videopodcast mache. Und das würde mich total interessieren, wie dir das gefällt. Oder bei iTunes oder bei Spotify. Das hilft einfach total, den Podcast an noch mehr Menschen zu bringen. Eine Rezension da zu lassen, teilen den Podcast gerne mit Freunden, mit Familie. Das ist immer so, so, so wertvoll für mich. Und ich bin einfach froh, dass du da bist, dass du auf Play gedrückt hast, dass wir jetzt Zeit miteinander haben. Und ja, ich wünsche dir viele Erkenntnisse. Bis gleich. Ich freue mich so sehr, dass wir jetzt hier miteinander Zeit verbringen. Und ich bin ja heute auch nicht alleine. Ich werde gleich eine Audionachricht abspielen von einer ganz wundervollen High-Value-Woman, die mir ja eine Frage gestellt hat über WhatsApp, also per Sprachnachricht. Ich hatte nämlich so ein kleines Experiment gestartet und habe bei Instagram meine Telefonnummer oder besser gesagt die Telefonnummer von meinem Podcast geteilt und gesagt, hey, schick mir deine Frage per Sprachnachricht und dann sprechen wir darüber. Und die wundervolle Caroline hat mir eine Frage geschickt, die ich heute super gerne beantworten möchte. Und deswegen spiele ich jetzt diese Sprachnachricht ab und ja, dann steigen wir ein. Hallo liebe Nicole, hier ist die Caroline, Caroline Gottwald. Ich folge dir auf Instagram und habe deine Story gesehen. Und meine Frage ist zum Thema Beziehung und Traumpartner. Ich habe im Mai eine Begegnung gehabt mit einem Mann. Und ja, das war so voll vom Universum zusammengeführt. Also es war sowas von Zufall, weil es auch in einem anderen Land war und wie auch immer. Und dann ging so der ganze Prozess los. Jetzt haben wir uns im September dann das erste Mal eigentlich so richtig jetzt für längere Zeit auch gesehen, weil ich dann wieder an dem Ort war, wo halt er war. Und dann war das so am ersten Tag direkt so voll vertraut. Also es war so eine krasse Anziehung. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und dann hatten wir auch direkt am ersten Tag also so voll, ja halt diese körperliche Anziehung und Sex und alles. Und ich denke mir die ganze Zeit, das ist so schnell. Also das ist so, das geht alles so schnell. Und dann kommen so Ängste hoch wie, kann das denn sein, falle ich da irgendwie in was rein oder was fühlt sich total gut an. Und ja irgendwie, aber der Kopf ist so laut und sagt, das kann gar nicht sein. Du kennst den auch gar nicht und das geht alles so zack, zack, zack. Und ich wollte einfach mal so deine Meinung dazu wissen. Ja, ob das, gerade weil ich halt auch schon so viel mache mit Coaching und ja jetzt wirklich an einem Punkt bin, wo ich schon so vieles, sage ich mal, geheilt habe. Und so eine Art von Verbindung habe ich aber noch nie erlebt. Deshalb macht mir das auch manchmal so ein bisschen Angst. dass das alles so, so zack, zack, zack geht. Genau, also ich freue mich, wenn du diese Frage oder dieses Thema aufgreifst. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir vielleicht auch war mit Max damals. Und was du mir da raten würdest, gerade in so einem Prozess. Man spricht ja auch so oft von Seelenpartner oder keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich so davon halten soll. Von daher freue ich mich auf die Podcast-Folge und schicke dir ganz liebe Grüße aus Deutschland. Ciao. So, Caroline, erst mal vielen, vielen Dank für deine Frage und auch, dass du uns so einen kleinen Einblick gegeben hast in deinem Leben, in das, was gerade einfach los ist in deinem Leben. Und wie schön, dass du ja so eine schöne Begegnung hattest mit einem Menschen dieses Jahr. Und ja, lass uns mal einsteigen. Also erst mal hast du ja erzählt, dass ihr euch im Mai kennengelernt habt und dann bist du im September an den Ort gereist, wo ihr euch kennengelernt habt und habt länger Zeit miteinander verbracht. Und da ging es dann am ersten Abend auch gleich los, weil die Attraktion war da. Und hast du gesagt, okay, am ersten Abend haben wir dann auch sofort Sex gehabt und wow, es geht irgendwie alles so schnell. Da kommt der Quatschi um die Ecke und sagt, also geht das nicht alles so schnell. Und ich kann dich da total verstehen, weil ich glaube, wir wollen bei dieser Traummann-Manifestations-Journey irgendwie auch alles richtig machen. Also es gibt so einen Anteil in uns auf jeden Fall, der alles richtig machen will. Und gleichzeitig gibt es aber in der Liebe und vor allen Dingen in zwischenmenschlichen Beziehungen meiner Meinung nach nicht unbedingt dieses richtig falsch, weil alles ist so individuell. Das heißt, diese Frauenratgeber, die oft sagen, bloß nicht am ersten Date mit irgendwie dem Mann schlafen, weil dann machst du dich nicht gar genug oder dann bist du irgendwie zu offen und dann ist das nicht gut und dann verliebt er sich auf gar keinen Fall in dich und so ein Scheiß. Das ist einfach scheiß, meiner Meinung nach. Und das stimmt auch einfach nicht. Da habe ich genug Beispiele, wo es einfach nicht stimmt. Und vielleicht prägt dich irgendwie so eine Frauenmagazin, wo quasi dir gesagt worden ist, dass du ja nicht irgendetwas zu schnell machen solltest. So jetzt ist es aber trotzdem so, dass du ja gerade viele, viele Gedanken machst. Und das Ding ist meiner Meinung nach, wenn wir so im Kopf unterwegs sind, dann können wir natürlich nicht zu 100 Prozent unserer Intuition lauschen. Und das ist auch immer so die Strategie unseres Egos, um uns rauszuholen aus unserem Healing-Prozess, weil der findet im Körper statt. Das heißt, ich lade dich als allererstes jetzt mal dazu ein, diese ganzen Blablabla-Quatschi-Gedanken vorbeiziehen zu lassen und dein Bewusstsein, deinen Fokus in deinen Körper zu verankern. Und mal in deinem Körper wahrzunehmen, was dieser Mensch mit dir macht. Ist da ein Gefühl von Sicherheit in deinem Körper? Gibt dieser Mensch dir ein sicheres Gefühl? Das ist die wichtigste Frage, die wir uns beim Dating stellen dürfen. Wenn du mit diesem Menschen unterwegs bist oder auch nicht, wenn du in Deutschland bist und er an seinem Wohnort ist, weil du hast ihn ja auch im Urlaub kennengelernt. Und es hat sich so gefügt. Aber was für ein Gefühl gibt dir der Mensch, wenn du nicht mit ihm bist? Schreibt er dir zurück? Kommuniziert er mit dir? Offen? Ehrlich? Seid ihr auf Augenhöhe? Oder hast du ganz, ganz viele Schmetterlinge im Bauch, kannst kaum schlafen und glaubst jetzt, dass das dein Seelenverwandter ist, weil du diesen inneren Stress, und ich nenne es wirklich bewusst Stress, verspürst. Weil was verbindest du mit Liebe? Verbindest du mit Liebe ein Gefühl von Sicherheit, innerer Ruhe, Entspannung? Oder verbindest du mit der Liebe Schmetterlinge im Bauch und schlaflose Nächte und ganz viel Activation, ein angespanntes Nervensystem letztendlich? Ich sage dir einfach nur aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich mich oft in solche Geschichten hineinbegeben habe, wo ganz, ganz, ganz viel Up and Down war, Aktivierung war. Und ich dann immer dachte, das ist auf jeden Fall mein Traummann, weil wow, diese ganzen Gefühle. Und heute weiß ich, dass das eher ein sehr, ich sage jetzt mal, bekannter Zustand war, den ich einfach immer und immer wieder wollte, weil ich ihn kannte, diesen Zustand. Und das ist so ein innerer Stresskreislauf, der immer wieder aktiviert worden ist, aufgrund von dem, was ich früher in meinem Leben erlebt habe. Ja, da gehen wir jetzt wieder in die Heilung. Also heute, weil ich ein reguliertes Nervensystem habe oder viel, ja, viel regulierter als damals, ist für mich die Liebe ruhig und gelassen und entspannt und sicher. Aber wenn ich zurückdenke, damals war das für mich eher so ein Hü und Hott und ein Auf und Ab. Und, ja, diese krassen Verbindungen, diese krasse Bang, ja, das musste ich spüren. Und oftmals hat es mit so einem krassen Bang angefangen und dann genauso mit so einem krassen Bang auch wieder aufgehört. Ja, das war dann immer so bumm, bumm. Und ich weiß jetzt nicht nur in dem Kontext und ich weiß jetzt bei dir nicht, Carolin, wie es ganz genau ist, aber das ist meine Einladung an dich als allererstes, weil wenn ich deine Nachricht mir anhöre, dann höre ich bei dir raus, dass du gerade sehr viel im Kopf bist. Und wenn du im Kopf bist, dann überlegst du, pro und kontra Listen, dann ist es gut oder ist es schlecht? Und es gibt kein gut oder schlecht, es gibt nur für dich ein, ich fühle mich hier geborgen und ich fühle mich hier sicher und ich fühle mich hier so, dass ich authentisch sein kann, mich fallen lassen kann. Ich muss mich nicht verstellen, sondern ich darf sein in meiner weiblichen Energie. Oh, wow. Und das möchte ich jetzt auch weiter erkunden, weil das ist jetzt das Nächste. Ja, weil ihr seid ja jetzt gerade in der Anfangsphase und ich weiß auch, unser Kontrolletti, unser innerer Kontrollquatschi, der will jetzt genau schon wissen, ist das jetzt der Traummann, werde ich den heiraten, ist das der Vater meiner Kinder? Und du darfst auch hier wieder erstmal wahrnehmen, dass dieser Kontrolletti-Anteil gerade aktiv wird, weil du wirst es nicht wissen. Wir lernen Menschen über eine sehr lange Zeit wirklich kennen. Ja, auch wenn du glaubst, du kennst ihn jetzt schon. Ja, und es kann sein, dass ihr so eine Soul-Connection habt, darüber sage ich gleich noch was. Ja, aber du kennst ihn nicht wirklich gut. Du weißt nicht, wie er umgeht mit zum Beispiel einem verpassten Zug oder wenn ja irgendwie der Koffer verloren gegangen ist. Ja, wie geht er zum Beispiel mit stressigen Situationen um? Du weißt nicht, ob ihr wirklich dieselben Werte lebt. Ja, das ist ein Prozess. Sowas lernt man erstmal über die Zeit kennen. Und deswegen gerade ist dein Quatschi auch so, warte mal, ist es jetzt mein Traummann? Oh mein Gott, es geht alles so schnell, aber so eine krasse Verbindung habe ich noch nie gespürt. Also muss es ja mein Traummann sein. Und no, you don't know yet. Und das ist okay. Wir dürfen okay damit sein, dass wir es erstmal nicht wissen. Obwohl unser Kontrolletti das wissen will. Der will nämlich jetzt schon wissen, wie sieht es in einem Jahr, fünf Jahren und zehn Jahren aus? Wie sehen unsere Kinder aus? Wie werden meine Eltern den finden? Was sagen meine Freunde zu dem? Du wirst es nicht wissen. Und das ist diese Ungewissheit. Und diese Ungewissheit, die kannst du wieder aushalten, indem du in deinem Körper ankommst. Indem du in diesem Moment ankommst. Indem du diese Emotionen, die gerade hochflattern, wahrnimmst und auch ins Fließen bringst. Also Körperarbeit. Mach Musik an und tanz. Geh barfuß durch den Wald oder barfuß am Strand. Schüttel dich aus. Nimm tiefe Atemzüge. Bewege deinen Körper, weil da ist gerade viel los in deinem Körper. Also ist auf jeden Fall etwas aktiviert. Und dein Verstand fängt an zu analysieren, interpretieren und will natürlich auch kontrollieren. Let it go. Dann hattest du auch irgendwas gesagt über so Seelenverwandten oder Soul Connections, Twin Flames, sagt man ja auch in der Spiritualität oder Dualseelen. Vielleicht hast du schon mal einen Podcast. Ich glaube, ich habe nicht eine ganze Podcast Episode dem Thema gewidmet. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall finde ich das absolut Quatsch. Und das ist nur eine Ausrede, um einfach in einer toxischen Verstrickung zu bleiben, meiner Meinung nach. Also ich habe eine Bekannte, die hat damals ein Coaching gebucht. Ich glaube für wirklich 20.000 Euro. Und das ging nur darum, deinen Dualseelenmensch nicht mal zu finden, sondern den, den du glaubst, ist schon zu sein. Also in dem Fall, die Bekannte war in einen Mann verliebt, der offensichtlich einfach nicht in sie verliebt war. Aber sie war so fest davon überzeugt, dass die beiden Dualseelen waren und hat dieses Coaching gebucht und hat da irgendwie acht Wochen ist da irgendwie ein Traumreisen abgegangen und hat quasi immer wieder ihn in ihrer Imagination getroffen. War fest davon überzeugt, dass sie dadurch diesen Mann dazu kriegt, sie zu lieben. Und ich saß da nur und habe mir das alles von außen angeschaut und habe auch nur gesagt, so hey, wenn du meine Meinung dazu hören willst, also no, no, no. Du nimmst gerade deinen Selbstwert und klopfst den in die Tonne. Ja, weil letztendlich so dieses ganze Thema Dualseele ja auch wenn ich, ich denke, ich glaube auch ans vorige Leben und auch ans Leben danach und so weiter und so fort. Und hey, das kann total sein, dass du eine wunderschöne Connection hast mit diesen Menschen. Aber wenn wir das als unseren Seelenverwandten, wenn wir das so labeln, dann schließen wir uns erstmal den ganzen Menschen, den wir sonst noch kennenlernen könnten. Und wir packen den Menschen auch so ein bisschen auf so ein Podest. Wir sind so, wow, du bist dieser eine Mensch, mein Seelenverwandter. Und auch in unserer Gesellschaft, das ist so Soulmate, das ist so ein bisschen so dieser Mensch, der deine ganzen Bedürfnisse erfüllen wird, der dich immer verstehen wird, der wirklich jeden Wunsch von den Lippen ablesen wird. Und das ist einfach Quatsch. Wir sind Menschen und wir dürfen lernen, unsere Bedürfnisse erstmal selbst wahrzunehmen und dann sie auch in der Beziehung zu kommunizieren. And that is work. Ja, und deswegen, ja, ich hatte auch schon sehr, sehr, sehr intensive Verbindungen mit Menschen, mit Männern auch in meiner Datingzeit auch. Und ja, natürlich gab es da vielleicht einen Anteil, der gesagt hat, wow, das ist jetzt so krass und vielleicht ist das mein Soulmate. Und gleichzeitig war das immer ein bisschen toxisch, ja, weil da schnell dann dieser Mensch auf so ein Podest gepackt worden ist. Dadurch habe ich mich kleiner gemacht und war nicht mehr so in dieser High-Value-Version meiner selbst beankert, die ihre Bedürfnisse ja auch ernst nimmt, kommuniziert, Verantwortung übernimmt. Und deswegen, ne, ich möchte dich nur dazu einladen, da ehrlich mit dir selbst zu sein, immer wieder zu hinterfragen, ja, ist das gerade wirklich ein Superhuman, weil das ist, was ich das immer nenne, ja, die Soulmates sind alle Superhumans. Also, ne, weil das ist auch ein Mensch und der hat auch seine Schwächen und das ist auch völlig okay. Und immer wieder zurück zu der Frage, wie fühlt sich gerade mein Körper an mit diesem Mensch? Bin ich in einem Gefühlszustand, der Aktivierung bedeutet, also du, 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 ja, also konstantes, ich sage jetzt mal in anderen Worten, Stress auch, ja, und auch positiver. Wir können diesen Stress ja auch positiv bewerten, so die ganzen Schmetterlinge im Bauch, die können wir ja auch positiv bewerten, aber fühlst du dich wirklich sicher, ja, und geborgen? Und das Wort expansive kommt auch gerade, wenn man sich so weit fühlt, so richtig, dass man sich so ausbreiten kann mit seiner eigenen Energie auch, wenn das wirklich Sinn macht, ja. Genau, und dann nochmal, weil du mich ja auch gefragt hast, wie das bei mir und Max war, also erstmal muss ich sagen, dieses ganze, ne, Frauenratgeber schlaf auf gar keinen Fall mit dem, mit dem Date, aber erst ein Date und was auch immer, und dann machst du das, ist das zu leicht für den Mann, diesen ganzen Kram. Also guck, auf der einen Seite, ne, ich verstehe auch die Psychologie dahinter, warum das manche Frauenratgeber schreiben, ja, und natürlich geht es nicht jetzt darum, mit dem Mann natürlich zu schlafen, ja, einfach nur, weil du glaubst, ja gut, aber, ne, ich mache nicht das, was jetzt im Frauenratgeber stande, weil das hat Nicole jetzt gesagt, also, der will jetzt mit mir schlafen und deswegen schlafe ich jetzt mit dem. Nein, natürlich ist es auch wichtig, deinen eigenen Standard zu kennen und den auch zu kommunizieren und wenn du mit diesen Menschen jetzt nicht am ersten Date schlafen möchtest, ist das völlig in Ordnung und dann kommunizierst du das halt einfach so, ne, in meinem Fall muss ich sagen, mit all den Männern, mit denen ich wirklich eine Beziehung eingegangen bin, mit denen ich auch Jahre zusammen war, also langjährige Beziehungen, auch Max, habe ich alle am ersten Date, mit denen habe ich allen am ersten Date geschlafen, ja, ähm, ja. Und meistens ging das aber auch irgendwo ein bisschen von mir aus, also ich hatte da Lust drauf, ich wollte das und das kam aus dem Moment heraus, aus meiner Authentizität heraus und ich wollte einfach in dem Moment, das hat einfach geflowt und ich hatte darauf Lust und dann habe ich das gemacht. Und witzig, weil die Männer haben ja auch so Bilder in ihrem Kopf manchmal, also die meisten, das sind alles Langzeitbeziehungen geworden, aber ich hatte einen Freund, das war mit Anfang 20, da habe ich in London gelebt und, ach, das war so ein attraktiver Australian man, Australian man. Mit dem war ich tatsächlich vier Jahre letztendlich zusammen, natürlich on, off, ist ja klar, ne, weil Nervensystem muss ja konstant aktiviert sein, damals habe ich ja noch Liebe mit tatsächlich Aktivierung und Stress verbunden, heute ein Glück nicht mehr. Aber als ich den kennengelernt habe am allerersten Abend, also da waren wir, ähm, ich und meine Freundin waren in einer Bar und dann habe ich den kennengelernt und dann haben wir auch den Abend schon gequatscht und geknutscht. Und dann ging es meiner Freundin nicht gut und dann musste ich sie nach Hause bringen, weil die hat zu viel Alkohol getrunken und dann hatten wir Nummern ausgetauscht und ein paar Tage später haben wir uns dann wirklich für unser erstes Date getroffen und das war eine wirklich, wirklich schöne Connection und ich fand ihn mega attraktiv und er fand mich attraktiv, so it just worked. Und dann bin ich mit denen nach Hause und das war ganz spannend, weil er meinte so zu mir, also es war London, weißt du, London ist so, hey, also ich habe auf der einen Seite von London gewohnt, er auf der anderen Seite von London und dann hat er noch so zu mir gesagt, so kurz vor zwölf, so hey, also du kannst jetzt noch die Bahn nehmen, aber sonst wird es halt schwierig, weil Taxi wäre halt extremst, äh, ja, extrem premium priced, also von daher, ähm, musst jetzt entscheiden, also fand ich auch sehr gentlemanlike, aber du kannst auch super gerne einfach bei mir übernachten, weil die Bar war halt nicht so weit weg von wo er gewohnt hat. Und, ähm, dann habe ich halt gesagt, naja, klar, ich schlafe auf jeden Fall bei dir, einfach auch einfach aus dem Grund, weil das logistisch einfach Sinn gemacht hat, aber ich fand ihn auch amazing und ich hatte total Lust bei ihm zu übernachten. Und dann ist es dazu gekommen, dass wir den Abend miteinander geschlafen haben und den nächsten Tag, das war so spannend, da hat er so zu mir gesagt, so, warst du gestern Abend sehr betrunken und ich war wirklich nicht, ich hatte, glaube ich, über den ganzen Abend zwei Glas Rosé oder so getrunken und ich war so, nee, ich war nicht betrunken, weil er war so, ja, so unsicher, weil ich halt mit ihm geschlafen habe und das ist ja auch so ein bisschen von mir ausgegangen und so. Und dann meinte er so, ja, ähm, nee, nur weil wir halt miteinander geschlafen haben am ersten Date, so, und dann habe ich gesagt, ja, so. Und dann meinte er nur so, ja, ich habe nur das Gefühl, wir haben wirklich etwas special, da ist was special zwischen uns. Und das fand ich einfach spannend, weil ich habe dann gesagt, ja, aber das kann ja etwas special zwischen uns sein, auch wenn wir am ersten Date miteinander geschlafen haben. Und dann meinte er so, ja, aber, ne, also manchmal hatte er halt so, so den Eindruck, dass das so die One-Night-Stands das eine waren, ne, also erster Abend miteinander schlafen und dann so die Menschen, mit denen er in einer Beziehung war vorher, da haben die Frauen halt irgendwie so eher gesagt, komm, wir warten, ne. Und das war für ihn eine neue Erfahrung. Aber natürlich fand er es auch mega attraktiv in dem Moment, wo ich einfach gesagt habe, na, ich wollte das einfach, ne. Weißt du, was ich mir gedacht habe in dem Moment? Also bevor wir miteinander geschlafen haben, habe ich mir gedacht, boah, ich finde den so attractive. Ich war so verknallt in den. Ich dachte so, ich muss auf jeden Fall mit dem schlafen. Dann kann ich wenigstens sagen, ey, ich hatte mit ihm wenigstens Sex. Ich finde ihn einfach so attraktiv. Das habe ich ihm dann irgendwann später in der Beziehung, habe ich dir das dann auch erzählt. Ich so, listen, das war mein Gedankengang. Ich war so attracted zu dir. Ich fand dich so hot und so cool und einfach so sweet. Ich war so, also ich muss mit dir eine Nacht verbringen, ja. Und ich bin auch nicht jemand, der jetzt irgendwie, ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie wirklich einen One-Night-Stand, ne. Also nur mal kurz so Subtext, um dir da mal kurz zu sagen, dass ich jetzt nicht einfach mit meiner Energie in dem Gebiet so, ja, freizügig bin. Nein, bin ich gar nicht. Aber das war einfach in dem Moment, war ich einfach so, ja. Also deswegen, was ich damit sagen will ist, go with your feeling. Und wenn das gepasst hat in dem Moment, why not? Und das heißt gar nichts. Das heißt nicht, dass du dann nicht eine Beziehung eingehen kannst mit Max, mit meinem Jetzt-Ehemann, mit dem ich die schönste Ehe und einfach so eine geile Connection habe, mit dem habe ich auch am ersten Date geschlafen. Wir haben darüber auch Jokes, weil Max war auch so cool, weil er hat mich nach Hause gefahren, äh, gefahren, gelaufen. Also wir waren, also spazieren, ne, waren in Berlin, waren erst essen, dann in einer Bar. Und dann war der so ganz Gentleman und mich bis zu meiner Haustür gebracht. Und ich bin auch ein Mensch, ich muss sagen, wenn ich jemanden toll finde, ich liebe das auch einfach mit Menschen im Bett zu schlafen und so kuscheln und ich war auch schon länger Single. Ich war so, ach, ich brauche einfach jemanden, der mich auch mal hält. Also körperliche Nähe. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, so, willst du nicht hochkommen? Ähm, war vor so meiner Berliner Wohnung. Wir hatten uns schon für das zweite Date verabredet. Da war eine Total Connection. Ich so, willst du nicht hochkommen? Und dann habe ich so gesagt, so, wir können auch nur kuscheln. Habe ich so zu ihm gesagt, so, als ob so er jetzt ein Problem damit hat. Also, weil Max war auch, ähm, Max war so gestriegelt und gebügelt. Also, weißt du, der, also Max ist so, der ist so, also bei dem ersten Date, der sah so gestriegelt und gebügelt aus. Ich bin, ehrlich gesagt, durch eine ziemlich rough time, also ich war schon ziemlich in meiner Healing Journey so. Aber, ähm, ich, ich war auch viel noch irgendwie am Feiern, habe noch viel Gras geraucht. Und Max habe ich angeschaut und war so, wow, hat dieser Mensch überhaupt schon mal in seinem Leben irgendwie eine Zigarette geraucht? Oder der sieht einfach aus, ob der den ganzen Tag Sport macht und, äh, ja, so sein Leben totally together hat. Und das stimmt auch, der hatte sein Leben totally together. Und ich war halt eher so gerade am Suchen und mitten auf meiner Heilungsreise. Also, ich war gerade viel in Coachings und in Therapie. Oh, ne, ja, die hatte ich schon damals, ich weiß es nicht. Aber ich war auf jeden Fall in meiner Healing Journey, ja. Und Max war so, ja, ich war, ich war so, ich wusste erst nicht, ich war so ein bisschen unsicher. Ich war so, bin ich zu crazy für den? Oder, ne, wenn der mir so von seinem festen Job, und der steht so mit beiden Beinen im Leben. Und ich war so, ja, ich mache jetzt eine Coaching-Ausbildung. Irgendwie bin ich im Film nicht glücklich. Ich habe irgendwie keine Ahnung. Aber ich war sehr authentisch, ne. Das ist ja auch, was diese Arbeit uns sehr ermöglicht. Ich war sehr offen. Und, naja, auf jeden Fall ist das jetzt der Joke in unserer Ehe. Weil, immer wenn ich sage, so wollen wir kuscheln, haha. Ja, dann ist das halt so ein bisschen so ein Insider. Weil, ja, damals ist es dann halt nicht beim Kuscheln geblieben. Und wir hatten eine wunder, wunder, wunderschöne Nacht. Und Max ist mein Mann geworden. Also, es gibt diese Regeln nicht. Du kannst auch am ersten Date mit diesem Menschen schlafen. Und es kann auch richtig, richtig schnell gehen. Und trotzdem kann es dein Mann sein. Und es kann auch richtig, richtig, richtig schnell gehen. Und es kann auch sein, dass es nicht dein Mann ist. Und genau darum geht es. Es geht darum, offen zu bleiben. Und in diesem Nicht-Wissen zu verweilen. Weil auch, nachdem ich dieses unfassbar schöne Wochenende hatte mit Max, wusste ich nicht, dass es mein Traummann ist. Ich war nicht so, als ob ich sofort gesagt habe, das ist jetzt mein Traummann. Mein Quatsch, ich wollte das gerne wissen. Aber mein Quatsch, ich wollte das auch schon bestimmt von den fünf oder zehn oder whatever Männern, die ich in meinem Leben davor gedatet habe, wollte es auch unbedingt wissen. Ja, das wolltest du mit jedem Tinder-Match am besten wissen. Ist das jetzt mein Traummann? Ist er das jetzt? Und wir können es nie wissen. Ich habe Max über viele, viele, viele Jahre kennengelernt. Und eins kann ich aber sagen. Bei Max war das Gefühl auf jeden Fall viel weniger ein Auf und Ab. Also, es war ein viel sichereres Gefühl. Ich war angekommen und natürlich waren da auch Gefühle und Anziehung und so weiter. Aber es war nicht dieser Stresskreislauf, dieses Auf und Ab und dieses ungesunde, ja, ich sage jetzt mal Verlangen, ja, wie ich das irgendwie vorher kannte aus meinen Beziehungen. Und da natürlich, das weißt du ja selbst, du hast ja auch darüber gesprochen, dass du selbst auch auf dieser Journey wirst und viel heilst. Ganz ehrlich, also, dann wirst du auch immer mehr Zugang zu dir und zu deiner Intuition bekommen, wenn du auf dieser Journey ja selber auch bist. Und wirst auch ehrlich sein müssen zu dir selbst und dich dabei auch ertappen dürfen, wenn du quasi in dieses Ding von Abhängigkeit und Kontrolle und viele Gedanken und dann, na, warum schreibt der nicht zurück? Also, bei Max hatte ich das alles nicht so viel mehr. Also, ich sage jetzt nicht, dass ich das überhaupt nicht hatte, aber das war wenig. Ich hatte eher ein ruhiges Gefühl. Und das war auch am Anfang unbequem. Und ich war erst so, bin ich jetzt wirklich verknallt in dem, weil das Ding war auch dann, ich habe mit Max ein Wochenende verbracht und dann bin ich nach Namibia geflogen, weil ich habe ja damals in Berlin gelebt, aber ich bin nach Hause geflogen und zwar für einen Monat. Und das Spannende war, da bin ich in Namibia zurück, also ich bin in Namibia angekommen und ich hatte mich eigentlich mit meinem Ex-Freund verabredet, mit dem ich immer eine On-Off-Beziehung hatte für zehn Jahre. Und der war auch zufällig gerade in Namibia, weil der hat auch nicht in Namibia gelebt in der Zeit. Und ich hatte mich mit dem verabredet und das war ganz krass, weil der war so, hat sich total gefreut, mich zu sehen, weil wir natürlich jetzt, weil wir hatten ja immer so On-Off, wenn wir uns gesehen haben, dann hatten wir halt was miteinander. Und ich war ja mit Max auch nicht fest zusammen, das heißt, ich hätte ja auch was mit meinem Ex-Freund haben können, aber ich konnte irgendwie nicht. Und ich erinnere noch genau diesen Moment, wo irgendwie mein Ex-Freund ankam und mir Hallo gesagt hat, mir so ein Kuss auf die Wange gegeben hat und dann habe ich ihm gesagt, so, weißt du was, so, ich mag dich nach wie vor als Mensch natürlich und ich meine, wir machen das jetzt hier irgendwie schon seit zehn Jahren und zwischenzeitlich haben wir auch immer mal beide wieder Beziehungen gehabt, so war es nicht, aber ich merke, dass ich mich nicht zu 100 Prozent jemand anders öffne, weil ich dann immer noch dann wieder an dieser Ex-Sache festhalte und dann habe ich mich dazu entschieden, nichts mit ihm zu haben, obwohl ich mit Max noch nicht fest zusammen war und das war ein großer, großer Durchbruch für mich. Und damit bin ich ja auch, ja, also ich glaube, meine frühere Version meiner selbst hätte trotzdem einfach was mit ihm gehabt, nur aus Ego, aus so einer verletzten Weiblichkeit von wegen so, ja gut, ich weiß ja nicht, ob das was wird mit dem Max. Also von daher, ja, lass mich doch mal hier irgendwie die Bestätigung irgendwie abholen. Und zu sagen, nein, also ich entscheide mich für Max und trotzdem habe ich Max nicht auf den Podest gestellt. Trotzdem habe ich ihn noch nicht so meinen Traummann gemacht, sondern ich habe mich erst mal gegen meinen Ex entschieden, ja, und für mich und meinen inneren Frieden entschieden und geguckt, wie ist es denn, wenn ich tatsächlich die Liebe mal so mir anschaue von einem entspannten Nervensystem aus und dass ich nicht jetzt schon wieder irgendwie sage, boah, mich in irgendeine Sache reinbegebe, also wie jetzt mit Max zum Beispiel und sage, boah, das ist jetzt mein Traummann und das ist jetzt alles und ich muss jetzt nur meine ganze Aufmerksamkeit und ich kann jetzt nicht mehr schlafen und essen und da, da, da. Nein, dass ich mich erst mal, habe ich mich von allem, was so aktivierend ist, entfernt und habe diese Zeit in Namibia auch wirklich damit verbracht, bei mir zu sein und in meinem Körper zu sein und viel in der Stille zu meditieren und zu tanzen und mich mit meiner weiblichen Energie verbunden, ja. Und dann kam ich zurück und dann waren Max und ich auch zusammen, das ging auch sehr schnell, wir hatten auch sehr, sehr, sehr viel Kontakt, wir hatten fast jeden Tag Kontakt, als ich auch in Namibia war. Aber es war anders als vorher, ganz anders, es war ruhiger, es war entspannter, es war in Alignment und ja, ich bin unglaublich dankbar, dass ich da halt einfach mich drauf eingelassen habe, obwohl es nicht 10.000 Schmetterlinge im Bauch war, weil Liebe ist ganz bestimmt nicht ein aktiviertes Nervensystem. Nein, ganz im Gegenteil und das weiß ich heute und ich würde es nie, 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 nie wieder missen wollen und deswegen ist es so cool, dass du hier bist und dass du daran arbeitest und dass du für dich eine neue Definition schaffst für die Liebe und für die Beziehung und ja, eine Sache, die mir jetzt auch noch gerade kam, war, ich beschäftige mich gerade wieder auch viel mit der weiblichen und männlichen Energie und früher, ne, diese Bestätigung, die ich mir damals auch abgeholt hätte, ja, wo ich, ja gut, ich weiß ja nicht, ob es mit Max was wird, also komm, ich habe noch mal was mit meinem Ex und, ne, das ist so diese verletzte weibliche Energie gewesen und ich habe mich in dem Moment, als ich mich gegen auch meinen Ex entschieden habe, habe ich mich so in meine Weiblichkeit verankert, aber eher in so diese geheilte weibliche Energie, dieses, ich darf einfach sein, ich muss jetzt nichts tun, ich gehe jetzt in den Fluss der Dinge und ich weiß nicht, ob Max der Traummann sein wird und ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade einen Fehler mache mit meinem Ex, blablabla, diese ganzen Gedanken, sondern ich bleibe jetzt hier in meinem Körper und ich gebe mich diesen Moment hin und dieser Erfahrung hin und ich werde auf jeden Fall bald nochmal eine Episode machen zur weiblichen, männlichen Energie und wie wir da wirklich auch, ich sage jetzt mal, in unserer verletzten weiblichen Energie oft sind und wie wir da in die Heilung kommen und das Label gilt auch für die männliche Energie, wie wir auch, ja, oft in unserer wirklich verletzten, männlichen Energie sind und wie wir da in die geheilte männliche Energie kommen, weil wir brauchen beides und das ist, ja, wie wir wirklich ein Erfolg, 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 Erfolgreiches, jetzt geht's, Erfolgreiches und erfülltes Leben manifestieren, meiner Meinung nach. Genau, also von daher, Carolin, ich hoffe sehr, dir hat diese Folge gedient. Danke nochmal für deine Frage, super, super cool. Ich werde auf jeden Fall diese Aktion nochmal starten bei Instagram, also wenn du mir da, ja, folgst, dann, ja, dann wirst du auf jeden Fall was mitbekommen, da werde ich dann nochmal die Telefonnummer teilen und da kannst du mir auch deine Sprachnachricht schicken und ja, ich hoffe sehr, dir hat die Folge gedient, wenn du hier bei YouTube den Podcast hörst dann oder schaust, dann freue ich mich total, wenn du einen Kommentar da lässt, aber auch bei iTunes eine Rezension oder bei Spotify super wertvoll für mich und ja, wenn du mir einfach nur schreiben willst, vielleicht hattest du eine Erkenntnis, vielleicht hattest du einen Durchbruch, let me know, es ist immer das Schönste von euch zu lesen, ich liebe einfach diesen Kontakt mit euch zu haben und bin einfach so dankbar, dass du da bist und dass du hier mit mir Zeit verbringst, ja, das ist einfach so, so, so cool. Ja, ich schicke dir jetzt ganz viel Liebe in deinen Tag oder in deine Nacht, always remember, the best is yet to come, deine Nicole.